Hallöchen, hier ist wieder deine Kathi. Ich möchte gerne ein Video machen, wo ich deine Fragen beantworte und zwar Fragen, die dich gerade in deinem Leben beschäftigen und wo du vielleicht mal so einen kleinen Impuls haben möchtest. Also es kann alles sein aus jedem Bereich und auch wenn du irgendwelche Themen hast, über die du gerne mal ein Video sehen möchtest, dann schreib mir das in die Kommentare oder in der Infobox findest du auch die E-Mail-Adresse, wenn du es ein bisschen privater schreiben möchtest und ja, also ich freue mich, bin gespannt und ja, lasst uns doch gegenseitig uns unterstützen und dazu werden dann die Kommentare auch möglich sein, also quasi dann unter den folgenden Videos, die ich dazu mache und einfach mehr in Austausch zu kommen. Genau, also alles was dich bewegt, kannst du fragen und dann bin ich gespannt. Also ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis dann zum nächsten Video.